Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfache Wissen. In diesem Video soll es um den Handelskrieg zwischen China und Amerika gehen und wie der Amazon-Chef an nur einem Tag rund 3,3 Milliarden Dollar verloren hat. Ja, wie ihr alle mitbekommen habt, gibt es zur Zeit einen kleinen Handelskrieg zwischen China und der USA. Das Ganze natürlich geleitet von Donald Trump. Er wollte höhere Zölle für China einführen oder für Importe aus China. Das führte dazu, dass der Dow Jones insgesamt 767 Punkte verloren hat und der Index der 30 wichtigsten US-Unternehmen um 2,9% gesunken ist. Ja, das Ganze ist natürlich nicht nur schlecht für große Volkswirtschaften, sondern das Ganze ist natürlich auch schlecht, weil man Großaktionäre im Prinzip verliert. Das heißt, die Großaktionäre von früher, zum Beispiel gibt es da einen Star-Investor, der früher bei Dow Jones quasi mehrere Milliarden Dollar angelegt hat und das ist Rowan Buffett. Ja, der hockt jetzt mit seiner Investment Holding in Berkshire Hathaway auf einen Geldberg von 122 Milliarden Dollar und ja, findet einfach keine guten Deals, wie er gesagt hat, weil einfach der Markt viel zu überhitzt ist. Das heißt, es finden viel zu schnell irgendwelche Abwertungen von Indexen statt und viel zu schnell geht es wieder bergauf. Das heißt, es wird sehr unsicher. Das heißt, niemand will sich mehr an Unternehmen beteiligen, was erstmal, das kann man natürlich jetzt auch kritisieren, den allgemeinen Aktienmarkt, aber was erstmal dazu führt, dass viele Investoren sich zurückziehen und deshalb natürlich es Unternehmen manchmal schwer haben, weil sie einfach auf das Investment von Aktionären angewiesen sind. Und das überhitzt natürlich ein bisschen den Markt. Und es hat auch dazu geführt, dass der Amazon-Chef Jeff Bezos, ist übrigens der reichste Mann der Welt, ja, an diesen einen Tag, am 5. August, 3,3 Milliarden US-Dollar verloren hat und die waren einfach weg, weil nämlich seine Aktie vom Online-Riesen Amazon gestern fast 3% verlor. 3% klingt natürlich in unserer Welt nicht viel, macht natürlich auf dem Aktienmarkt einfach ein ganz, ganz großes Kuchenstück aus und ja, mal eben an einem Tag 3,3 Milliarden US-Dollar zu verlieren. Ich glaube, das ist schon relativ hart anhand einer Aktie. Ja, und es war ja nicht nur der Dow Jones, der einen Punkt verloren hat, sondern auch der deutsche Aktienindex musste in den letzten 5 Handelstagen 6,11% abgeben. Ja, und es zeigte sich am Dienstag jedoch unbeeindruckt, weil es zu Handelsbeginn wieder einen leichten Zuwachs gab. Ja, die meisten Experten gehen davon aus, dass es nur ein kleiner Sommersturm in den Aktienmärkten ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr turbulente Zeit. Peking hat jetzt angedroht, noch weiter an der Währungsschraube zu drehen, sprich, das noch weiter zu vertiefen. Es geht natürlich darum, die Währung runterzudrehen, um dann den Grenzzöllen der Amerikaner zu umgehen zu können. Ja, man kann dann den Grenzzöllen, die natürlich festgelegt sind, oder die Barriere, diese Schlüsselbarriere fallen lassen und muss nicht mehr auf sie Rücksicht nehmen. Ja, jetzt mal zu eurer Frage. Was haltet ihr von dem Handelskrieg zwischen China und den USA? Auf welcher Seite seid ihr? Auf gar keiner Seite. Haltet ihr das einfach für bescheuert? Haltet ihr die Aktien aktuell komplett für überzogen? Und was sagt ihr dazu, dass der Amazon-Chef 3,3 Milliarden verloren hat? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.